Heien Okay Lass uns einfach weiter gehen Stirbt Alle Danke Ich will einfach nur eigentlich meine Leute heien Aber wenn die mal dauerhaft weiterkommen Give us some torrent cover Delta O7 will be the torrent Ouch Stop looking around Let's see what this thing can do Tja den mussten seinem freund nicht abfucking Delta Form up O7 acknowledged Need to reload here Come out Okay Jetzt müssen wir nochmal heien Und da sind wir eigentlich schon wieder gut Und Und So Gut Durch Oh Ja ich bin down Ouch Ist gut dass die besser als ich sind Weil wenn die nicht Besser als ich wären Dann hätte ich Probleme Hi Irgendwie Renn ich immer Backward Renn immer rückwärts Und dann kann ich die nicht treffen Weil ich so kurze Reichweite hab Da Ich zeig das auch die Lebensenergie an Und wir können weiter Die Anlass in die Luft So wie immer Das sollte es gut sein Renn einfach durch Das blendet und stunt die Gegner Ich glaub das kann einer aber auch blenden Ja ich habe Wenn man einen Typen in die Luft gejagt Das war es aber wert Danke der Typen hat mir immer das Leben Okay gut genug Jetzt brauch ich Lebensenergie Sehr dringend Da scheinen Gegner zu kommen Und mal sehen Was für eine Überraschung Gegner Aber ich glaub gegen zwei Sniper Kommen die nicht durch Oh großer Duide Ja Aber gegen zwei Sniper Positionen geht man nicht Jetzt habe ich gerade alle meine Kanaden verschwendet Aber zum Glück Klagen die noch ein paar Okay Jetzt mal gerne stirbt Das war dumm Okay Falsche Taste Ich brauch Lebensenergie Ihr könnt euch darum kümmern Zum Glück sind die ja sehr Fehlausreinend Stirb Okay Okay Da kommen noch ein paar mehr Ein paar Viele Ah noch ein paar mehr Zurück 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 Okay Da muss ich echt zurückfallen Zu dieser Waffe Wenn ich ja mal wieder Die Taste finde Okay Scheiße Ich brauche Hilfe Danke Wir sind ein Zwei Mann Team Falsche Taste Stirb Ah ja Weiter am selben Platz gestorben Okay Das haben wir hingekriegt Ja Einer kann sich noch rein Dann gehe ich einfach weiter Die Own Disguise Die Own Disguise Okay Gehen wir links lang Und mehr Gegner Oh fuck Leute Ich brauche Hilfe Mach den fertig Mach den fertig Mal sehen Mal sehen Zum Glück schießt er auf den Typen Das ist das Ich brauche Heilung Brauch Dort oben kommen wir natürlich wieder durch ihn. Und ja, das in die Luft jagen. Jetzt hier ist ein bisschen, muss man wissen, man muss die Tür so schnell wie möglich zukriegen, weil die kommen da dauerhaft durch. Und irgendwann wird man einfach überrannt. Hey, hat sich sogar automatisch galt. Weiß ich gar nicht. Okay. Wenn ich einer jetzt noch heite, sind wir wieder voller Lebensnicky. Und... Ein paar Mechanaten. Okay, der lädt noch. Hier gehen wir einfach auch wieder mit einer Explosion durch. Das scheint immer besser zu funktionieren. Ich weiß gar nicht, warum man leise durchgehen kann. Und da war gar keiner. Toll. Jetzt müssen wir die Türen schnell schließen. Der muss... Der hat's hingekriegt und der hat's hingekriegt. Okay, die Türen sind zu. Jetzt, dass wir wieder sicher sind, können wir uns wieder heilen. Ich glaube, der versucht immer noch hier durchzukommen. Und da kann sich noch heilen und dann gehen wir weiter. Hier müssen wir noch ne Bombe kriegen. Bästern, wir hailen uns. Tipp, 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 Tipp. Au. Axi! sind ja viele hier am besten einfach zwei von denen ein paar kanalen spammen und dann können wir die die schließen wir können uns heilen, während die gestunnt sind und die Türen sind zu und hat sogar gut funktioniert keiner verwundet das ist schön zu wissen also noch ein Roboter wenn keine kanalen, dann die Sniperreife stirb da kommen noch mehr das ist ja das ist das ist